Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Leave the World Behind ist der neue Netflix-Blockbuster. Kann man das eigentlich bei Streaming sagen? Das könnt ihr gerne mal in unsere Kommentare hören. Hi, hier ist der Timo und ich habe den Film schon vorab sehen können. Bei mir ist die Sichtung auch schon ein bisschen her und ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe mir Premium-Ware hier reingeholt. Hallo Andi. Ach, danke dir, danke dir. Also an deiner Seite kann dann meinetwegen auch die Welt untergehen, das wäre nicht so schlimm. Ja, du sagst es jetzt schon, wir haben uns den Netflix-Film Leave the World Behind angeguckt und die Welt könnte untergehen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Deswegen gibt es jetzt von mir vorab schon mal so eine milde Spoiler-Ware. Wir müssen auch mal gucken, wo es uns hintreibt. Eventuell werden wir noch ein bisschen im Spoiler-Teil richtig auf die Kacke hauen und spoilern, weil es glaube ich gibt ein paar Sachen, die wir besprechen müssten. Aber wer jetzt wirklich gar nichts wissen will und keine Infos hat, keine Trailer gesehen hat, bitte erstmal ausmachen. Schaut euch den Film an, läuft ab 8. Dezember bei Netflix und dann kommt ihr wieder und hört unseren Podcast dazu. Ihr werdet bestimmt ein bisschen Gesprächsstoff oder ein bisschen Gesprächsbedarf haben und was hören wollen dazu. Wenn ihr nicht so zimperlich seid mit Spoilern, dürft ihr gerne da bleiben. Wir werden jetzt aber auch in diesem Teil jetzt keine großen Twists verraten. Jedenfalls nichts, was außerhalb der Trailer bekannt ist. Das ist immer so ein Brimborium bei so einem Film mittlerweile. Also ich finde das aber wichtig, weil ja viele Leute uns erst hören, wenn sie den Film gesehen haben. Und das wäre ärgerlich, wenn sie das vielleicht nicht tun und dann hier sagen, ihr habt uns aber gespoilert. Ja, zumindest so einen Hinweis zu Beginn halte ich schon für sinnvoll, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Und jetzt kommt ja schon der Kinken, denn wir hatten jetzt vor zwei Jahren Don't Look Up, den von Adam McKay, diesen Weltuntergangsfilm. Letztes Jahr hatten wir mit White Noise, die heißt glaube ich auf deutsch Weißes Rauschen, so eine ähnliche Abhandlung über Untergangsszenarien. Jetzt haben wir Leave the World Behind. Ist das so eine neue Netflix-Weihnachtstradition? Was meinst du? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, letztlich rückt die Familie zusammen und oftmals eskaliert es dann auch ganz unangenehm. Das könnte also schon durchaus auch ein Stück weit passen. Ich habe diesen White Noise da nur in Teilen gesehen, aber Don't Look Up habe ich natürlich mir gegönnt. Die haben ja alle dann ein Stück weit schon verschiedene Ansätze, sich damit zu beschäftigen. Andererseits mag es auch eine Spiegelung gesellschaftlicher Tendenzen sein, denn die Welt geht unter und wir gucken ihr dabei zu. Und jetzt kann es eben auch noch in Filmformen. Ist vielleicht auch wirklich einfach was, was sich so ein bisschen aus den alltäglichen Beobachtungen des Netflix-Publikums vielleicht ergibt und deswegen unter Umständen ganz gut passen könnte. Was meinst du denn? Ja, ich glaube hier ist ein Muster erkennbar. Also ich glaube der Algorithmus schlägt hier komplett zu und sie suchen gezielt nach Stoffen für, ich sag mal Jahreszeiten oder auch Saisons, so wie das auch im Kino ist. Wir haben ja nun im Kino die Blockbuster-Saison, die geht mittlerweile gefühlt von März bis Oktober und dann haben wir nachher die Award-Season, die geht dann gleich im Oktober los und geht so bis Januar, Februar. Und ich glaube, dass Netflix da auch sich tatsächlich Content raussucht und ich scheue hier das Wort Content nicht, weil es ist in erster Linie immer Content, denn sie suchen sich natürlich auch MacherInnen raus, die so ein bisschen, sag mal so Affinität zu den jeweiligen Themenbezügen haben. Jetzt haben wir hier schon so ein bisschen dieses Weltuntergangs, ich meine der Titel heißt Leave the World Behind, das ist natürlich auch schon quasi ein Spoiler im Titel, aber das Ganze basiert ja auf einer Romanvorlage. Weißt du, hast du den Roman gelesen von Roman Alarm? Ich habe den angefangen als Hörbuch, muss ich ehrlich sagen, habe aber noch nicht fertig geschafft. Da bin ich ja total angetan, aber ich habe das nicht getan, nein, das war mir auch nicht bewusst, dass es da eine solche Vorlage gibt. Ich habe den jetzt ja auch angeklickt, den Roman und sehe, dass es dieses Buch gibt und ich sehe das Cover, aber ich kann da genau gar nichts sagen. Ist nur eine Kurzgeschichte, sagst du, ja? Ja, und das ist mir aufgefallen, weil Barack Obama, das ist ein seiner Lieblingsbücher in dem Jahrgang, als es erschienen ist, gemacht hat und lustigerweise und interessanterweise sind auch Barack und Michelle Obama sicherlich die größten Namen in der Produzentenregel, die sind nämlich die Mitproduzenten hier bei Leave the World Behind. Kannst du dir irgendwie vorstellen, wie es dazu kam, dass die Obamas gesagt haben, den müssen wir unbedingt mitproduzieren, denn die haben ja einen Deal mit Netflix. Ja, die haben doch auch einiges gemacht zuletzt. Es ist jetzt nicht so, dass Barack Obama ein Unbekannter wäre, auch als Filmproduzent zusammen mit seiner Frau. Ich will nämlich Michelle jetzt nicht hinten anstellen, die ist mindestens mal gleichberechtigt, aber die machen ja schon viele so Sachen und ich finde es grundsätzlich ja toll, dass die nach der Zeit der Präsidentschaft da jetzt auch auf andere Art und Weise Geld verdienen wollen. Ich meine, das sind natürlich auch Positionen, die die beide hatten und eigentlich irgendwie auch noch haben, dass sie Netzwerker, die haben große Überblickswissen, die wissen, wie die Welt tickt, die kennen nicht nur ihr eigenes Land, die wissen auch generell, denke ich, was weltweit so an Themen kursiert und da haben die vielleicht auch eine Vorstellung davon, wo man vielleicht zum einen eine breite Masse mit erreicht und zum anderen aber auch mit welchen Themen man die breite Masse, wofür man die sensibilisieren kann. Ich kann mich dunkel erinnern, dass die auch bei irgendeiner Doku mal was gemacht hatten, hier die Sommer der Krüppelbewegung heißt ja auf Deutsch, da waren die ja auch mit dabei und das ist ja so ein Ding, was ja vermutlich jetzt erstmal nicht so mega mainstreamig ist, aber vielleicht auch einfach ein Thema, für das die sensibilisieren wollten. Ja, unter Umständen ist Leave the World Behind jetzt der, die Sensibilisierung für den nahenden Untergang. Ich sag's dir, da kommt was Großes auf uns. Ich habe, da müssen wir echt aufpassen, weil das geht ja schon wirklich in die Spoiler, aber ich habe ein lustiges Problem bei dieser ganzen Sache, weil es mich echt wundert, dass sie sich mit diesem Stoff so sehr befassen wollten, denn es gibt so eine Figur in dem Film, die ist schon sehr nah in Richtung Aluhutträger unterwegs und da dachte ich, puh, also hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass sie in diese Bereiche gehen. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, hattest du vorab von dem Projekt was gehört, was gesehen, Trailer gesehen und haben da irgendwelche Erwartungshaltungen bei dir, die Synopsen zum Brennen gebracht? Ich kriege ja immer von allem unfassbar viele Pressemails, ich werde zu geschissen mit dem Zeug, möchte ich meinen und Leave the World Behind ist mir deswegen vermehrt aufgefallen, weil das halt einfach eine tolle Besetzung hat. Also das wusste ich dann schon einzuordnen, dass das jetzt von auch Sam Ismail ist, der dann auch wiederum was gemacht hat, damals Mr. Robert, was ich jetzt persönlich auch kenne, ist die eine Seite, die jetzt in dem Moment von der Wahrnehmung her überhaupt keine Rolle spielte, aber diese wirklich herausragend gute Besetzung, die ist mir auf jeden Fall sofort ins Auge gestochen und finde ich gut. Und das war so der Grund letztlich, warum Leave the World Behind überhaupt auf dem Schirm war. Ich wollte ihn ursprünglich gar nicht vorab sehen und hätte das bestimmt irgendwann nachgeholt, wie ich das ursprünglich bei Don't Look Up auch mal gemacht hatte. Aber freue mich sehr, ihn vorab gesehen zu haben und mich mit dir jetzt ein bisschen dazu austauschen zu können. War es bei dir denn nur der Cast, der dich gelockt hat oder auch das Thema oder was ganz anderes? Es war wundersamerweise mal der Trailer. Ich weiß nicht mehr, wann ich den gesehen habe und wie ich den gesehen habe. Es muss ja irgendwie bei so einer Social Media Netflix Followerschaft gewesen sein. Und der hatte mich, also der hatte, da ist natürlich Mahershala Ali sehr, sehr prominent drin und der hatte so vom Setting her, dass ich das Gefühl habe, ist das jetzt Netflix Version von Knock at the Cabin, der jetzt Anfang des Jahres von Shia Malan ins Kino kam. Und deswegen dachte ich, also ich mag solche Bedrohungssettings, wo jetzt im Trailer so ein bisschen, wo das so noch im Dunkeln gelassen wird, aber man schon so ein ungutes Magengefühl kriegt. Und das hatte ich bei dem Trailer auch und deswegen hatte ich einerseits aufgrund der Thematik Bock auf den Film und natürlich ist die besetzung. Ich meine, können wir ja einmal nennen, da spielt jetzt Julia Roberts mit, die habe ich echt lange nicht gesehen. Ich glaube zuletzt mit diesem Ticket ins Paradies mit Clooney, den fand ich furchtbar. Also ich bin kein Rom-Com-Hasser, sondern ich mag das eigentlich mal ganz gerne sehen. Aber den fand ich wirklich ganz, ganz blöd und langweilig. Ich mag Mahershala Ali total gerne. Ethan Hawke, Moon Knight, das ist so, in den letzten Jahren habe ich mit Ethan Hawke so meine Probleme gehabt, aber ich mochte ihn total in Moon Knight. Da hat er mir echt gut gefallen. Deine ganze Serie hat dir ja unverhältnismäßig gut gefallen, weil du dich auch mal gerne als Ultra des Hauptdarstellers bezeichnest. Total, ich bin ein Oscar Isaac Ultra, den vermisse ich auch. Ich habe den sehr lange nicht gesehen, deswegen Dune 2, bitte komm ins Kino. Diese Mai Haller heißt die, glaube ich, also die vierte im Bunde, die kannte ich nicht. Also die ist, glaube ich, bisher eher so im Seriengefilten unterwegs und du weißt ja, wie die Kollegen vom Telestammtisch und unsere HörerInnen. Ich bin ja jetzt nicht der größte Serienjunkie. Ich glaube, die hat irgendwie was in Black Mirror gemacht. Und ich glaube, aus Buddies, 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 dieser A24, diese Horrorsatire oder was das war, den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Dump Money kam zuletzt, haben wir auch besprochen, war sie scheinbar drin. Dann die von dir erwähnten Titel und alles andere würde ich jetzt mal als nicht ganz so relevant bezeichnen, ja. Du hattest ja schon gesagt, du hast jetzt Mr. Robot gesehen. Hat das irgendwie mit dem Label Sam Esmail, ich weiß zum Beispiel von Max aus der Redaktion, auch ein Kollege von uns Grüße an der Stelle, der hatte sofort gesagt, ja, das klingt so nach dessen Content und nach dessen Themenschwerpunkten. Wie war das bei dir? Hast du den Mr. Robot gesehen? Ich habe natürlich gerade auch in Vorbereitung für unser Gespräch, habe ich mir da nochmal angeguckt, was der Sam Esmail noch so gemacht hat, unter anderem ja auch dieses Homecoming. Und da, finde ich, schließt sich dann schon der Kreis. Ich habe jetzt mal den Trailer davon gesehen, mehr kannte ich von Homecoming nicht. Mr. Robot habe ich, ich weiß nicht mehr genau, es gibt irgendwie vier Staffeln. Ich habe die ersten beiden auf jeden Fall gesehen und dann habe ich gedacht, oh cool, neue Staffel, guckst du mal rein. Und dann siehst du ja die Zusammenfassung der letzten Staffel und scheinbar habe ich dann einfach die Zusammenfassung von Staffel 3 gezeigt gekriegt mit allen Spoilern, die man da so kriegen kann, inklusive Kopfschüssen. Und dann war ich plötzlich in Staffel 4, die ich aber dann nicht weitergeschaut habe zunächst. Aber wenn man sich dann anguckt, wie Homecoming zumindest im Trailer von der Inszenierung wirkt, dann ist halt Mystery und geile Kamera, alles clean, modern, urban und irgendwie auch, ja, teuer, möchte ich sagen. Also das sieht auf jeden Fall wertig aus, der spielt kaum was im Schlamm, sag ich mal, das ist alles, wie gesagt, urban. Und da reiht sich dann in einem gewissen Rahmen dann natürlich auch Leave the World Behind mit ein, der ja auch Mystery ist. Der Film handelt davon, dass du dich ganz lange fragst, worum geht's eigentlich, worauf wir bestimmt auch gleich zu sprechen kommen werden. Aber da diese Antworten auf Fragen zu finden, die sich das Publikum stellt, scheint so ein bisschen der Aufhänger der Werke vom lieben Sam zu sein. Ja, und ich bin so, gehe sogar so weit, dass ich sage, ich bin kein Seriengucker, aber ich habe jetzt Lust, Mr. Robot zu gucken. Und ich hoffe nicht, dass ich... Mir geht's mit Homecoming so, ja? Ja, genau. Also die beiden, die habe ich jetzt auf der Watchlist der sehr vielen Serien, die ich irgendwann mal gucke, wenn ich ganz viel Zeit habe. Also Newsflash nie. Aber ich versuche es trotzdem irgendwann durchzubringen. Und spannenderweise hast du ja dann mit Mr. Robot das gemacht, was ich in unserer zweiten Masterclass, die wir nie gesendet haben, mir mit Stranger Things gegeben habe. Ich nenne es also Morbus Masterclass. Du hast dich komplett gespoilert und wusstest es gar nicht, dass du dich spoilerst. Wenn es jetzt um die Inhaltszusammenfassung geht, wie gesagt, wir versuchen es ein bisschen kryptisch zu halten. Es geht um zwei New Yorker, ein Ehepaar. Er ist Uniprofessor. Sie ist, glaube ich, Autorin, Kinderbuchautorin oder irgendwie sowas. Und die haben zwei Kinder, die wollen also einen Wochenendausflug in ein Wochenendhaus machen und haben das über eine Seite gemietet. Und ja, dann passiert schon mal beim ersten Strandbesuch, das darf ich jetzt hier, das ist kein Spoiler, weil es im Trailer passiert. Da passiert was sehr seltsames, da kommt nicht so ein Frachter direkt auf den Strand zugefahren. Und das ist schon der erste Suspense-Moment so in dem Film. Und ja, wenig später am Abend steht dann auf einmal G.H. vor der Tür mit seiner Tochter und sagt, wir müssten, Berte, reinkommen. Das ist eigentlich unser Haus und wir haben das Problem, dass wir gerade hier einen Stromausfall in der Stadt und deswegen wollten wir lieber in unser Landhaus fahren. Und so entwickelt sich unter diesen dann insgesamt sechs Personen so eine ganz suspensige Mystery-Atmosphäre. Und man weiß am Anfang noch nicht so ganz, was ist hier eigentlich gerade Phase und was machen die hier und wer hat hier eigentlich welche Intention? Ich gebe jetzt mal zu, ich fand diese Ausgangssituation und ich kannte das aus dem Trailer, dass da Mahershala Ali vor der Tür steht und ich dachte, scheiße, das ist jetzt die Netflix-Version von Knock at the Cabin. Und das wisst ihr, wenn ihr unsere Besprechung mit Stu gehört habt, den mochte ich jetzt am Anfang des Jahres nicht so gerne, weil auch da der Trailer zu viel verraten hat. Wie war das jetzt bei dir, Andi? Ich fand jetzt den Trailer so kryptisch, dass ich genug Neugier hatte, mir das anzugucken und fand auch, dass der Aufbau vom Film her das sehr, sehr geschickt erstmal im Dunklen lässt, was da jetzt genau Phase ist. Wie war es bei dir? Absolut, absolut. Ich hatte auch Lust, mir das Ganze anzugucken, weil es hätte ja irgendwie, keine Ahnung, so irgendwie Richtung Home Invasion gehen können, was mit der Besetzung schon irgendwie ganz cool gewesen wäre. Oder aber eben, keine Ahnung, weißt du, Airbnb Gone Wrong oder so. Das ist ja im Endeffekt der Aufhänger der ganzen Handlung. Genau das, was mich da erwartet, war letztlich einfach die Frage. Also es war schon klar, das deutet der Trailer auch an, dass das alles ein bisschen schräg ist und da viel Mystery reinspielt und so. Und nun ja, letztlich haben wir das auch bekommen. Du hattest gerade gemeint, der erste Suspense-Moment wäre dann der, wo dann die Sache mit diesem Schiff passiert. Du als Familienvater hast vielleicht auch folgende Gedankengänge noch gehabt, den ich auf jeden Fall hatte. Ich sehe diese von mir sehr geschätzte Julia Roberts und ich sehe den von mir sehr geschätzten Ethan Hawke. Sie ist Jahrgang 67, er ist Jahrgang 70 und jetzt haben die da plötzlich einen 16-jährigen und einen 13-jährigen Sohn. Das ist möglich, aber schwierig. Das ist eigentlich nur, also tendenziell sind die einfach zu alt. Jetzt sind die beiden ja auch ein bisschen Junggebliebene und es sind Schauspieler und es sind die Staaten und es geht offensichtlich um Menschen, die viel Geld haben. Deswegen ist das alles irgendwie schluckbar, aber naja, das fällt mir halt immer wieder auf. Das habe ich auch in anderen Besprechungen schon thematisiert. Tendenziell sind die beide zu alt oder die Kinder zu jung. Gut, das ist auf jeden Fall auch ein anderes Suspense-Moment gewesen, der mir hier auch bei dem Film auch aufgefallen ist. Spannend. Den ich auf jeden Fall noch jobben wollte. Da hatte ich tatsächlich wenig Probleme mit, weil ich das so unter diesen, also wir nennen es ja beide Akademiker großkotzig und da ist das ja fast üblich, dass man eher spätschwanger wird und dass das dann ja nicht dieses Ding ist, du bist jetzt irgendwie Mitte 20, Anfang 20 und dann kommt ganz normal die Familienplanung, sondern mir scheint das schon so, dass das vielleicht sogar logisch durchdacht war, weil beide ja erstmal ein bisschen Karriere machen wollten und dann sich irgendwann ja dieses, weißt du, gehört irgendwie dazu, lass uns doch vielleicht irgendwie zur Krönung des Ganzen eine Familie gründen. Da hatte ich echt wenig Probleme mit. Sie wäre 40 gewesen beim ersten Kind. Ja, haut irgendwie hin. Es wird halt nicht thematisiert. Geht, geht ja. Sie können ja auch jünger sein. Alles gut, das wolltest du nur halt in den Raum werfen. Ja, den Aspekt fand ich tatsächlich, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Da merkt man schon, wie uns Hollywood versaut hat. Wir sind das einfach gewohnt. Highschool-Kinder sind 30, erwachsene Eltern mit fast erwachsenen Kindern sind immer so Anfang 40, Mitte 40 oder sehen zumindest so aus, aber sind natürlich viel älter. Ich schlucke mittlerweile alle Kröten, wie man merkt. Was ich krass finde, die Kröte, die ich nicht schlucken musste, war, du hattest das schon angedeutet, die Besetzung. Also ich finde, wenn man jetzt eine Sache schon mal hervorheben möchte, ist das, dass diese Namen, die es ja sind, das sind ja großen Namen auf dem Kinoplakat, die bewähren sich auch. Also ich hatte jetzt keinen dabei, wo ich dachte, also von dem hätte ich jetzt weniger sehen müssen. Ich fand Julia Roberts war jetzt eine gute, gesunde Mischung aus dieser weißen, du hast vorhin gesagt, auch mal so Kinderhausfrau, also so einer besorgten Bürgerin und Mutter. Und Ethan Hawke ist so ein bisschen der lockere Uni-Professor, der halt auch mit jungen Menschen auch jobtechnisch was zu tun hat. Stach für dich irgendjemand aus der Besetzung besonders heraus oder besonders negativ hervor? Wie war das bei dir? Ja, gute Frage. Auch besonders rausgestochen. Das ist schwierig. Natürlich habe ich schon da einfach gemerkt, wie Mahersha Ali und Julia Roberts da eine gewisse Chemie entwickeln, die durchaus funktioniert. Das spoil ich an der Stelle nichts. Das fand ich schon gut. Das sind einfach zwei Vollprofis. Und ja, Ethan Hawke, der ist ja per se auch kein schlechter Schauspieler. Und spätestens, wenn es dann zum Monolog kommt, wo er sich selbst ein wenig reflektiert im Verlauf der Handlung, fand ich das dann auch okay. Okay, vorher war es mir zu wenig. Er ist halt, also die haben ja alle per se, das kriegen wir relativ früh schon mit, so ein bisschen ihr Päckchen zu tragen, sagt man ja so schön. Also warum auch immer jetzt gerade Amanda und Clay zusammengefunden haben und was sie verbindet, kann ich nicht beantworten. Fakt ist aber, beide haben so ein bisschen irgendeine Form von, wie gesagt, Päckchen. Er ist tendenziell jemand, der auf Zugriff sicherlich mal eine Schraube in die Wand bohren kann und der geht aus seinem Job nach und ist auch ein netter sympathischer Dude, aber ist jetzt nicht so der Anpacker, nicht so der Leitwolf in der Familie ist er nicht. Ganz im Gegenteil, das ist eher die Amanda und das ist auch eine Situation, mit der beide scheinbar zurechtkommen. Wobei Amanda immer den Eindruck macht, als läge irgendeine besondere Last auf ihr, ob es jetzt diese Last ist, ob es eine generelle Form von Depression ist, ob es aus dem Job kommt, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Aber beide kommen damit irgendwie zurecht und können sich, haben sich eine Struktur, einen Alltag geschaffen, der es ihnen ermöglicht, ihre Familie halt durchzuziehen und auch eine gewisse Form von Glück zu leben. Ja, wir haben gleich zu Beginn, wenn sie in dieses Haus einziehen, auch eine Interaktion, sie bringt ihm Zigaretten mit, er ist kurz irgendwie unangenehm berührt und so, aber sie sagt, ich weiß, dass du rauchst und wir sind im Urlaub, dann rauch doch halt auch mal eine. Und das ist schon irgendwie süß, das ist so ein Pärchen zusammen sein, das ist glaubhaft, die sind über Jahre zusammengekommen und gewachsen, ich wäre nicht überrascht, wenn die sich nicht bei einer Gruppe anonymer Alkoholiker oder sonst was für Therapiegruppen getroffen hätten, würde mich nicht überraschen, passt aber auch zur Szene und ich bin vor allem davon beeindruckt, dass ich diese, nennen wir es mal, ich würde es bei Päckchen belassen, um es nicht zu bewerten, dass sich das scheinbar nicht wirklich auf die Kids übertragen hat. Das ist eine sehr respektable Leistung. Also diese Familienkonstellation und das Miteinander, ich finde, das funktioniert schon sehr gut. Ethan Hawke und Julia Roberts sind wirklich toll. Ja, und ich sag mal so, das Salz in der Suppe, das bringt dann der GH mit. Ja, das ist wirklich die Figur, die für mich auch noch am meisten heraussticht. Ich finde sogar das ganz geschick gemacht, dass sie, also diese Roof, das ist die Tochter von GH, die macht ja doch dem Clay, also Ethan Hawke den Vorwurf, also das ist jetzt kein Spoiler, weil es eher um die Figur geht als um die Story, weil es auch die Handlung nicht voranwirkt. Da gibst du schon mal den Vorwurf, sagt dem Motto, du willst doch bestimmt deine, oder du fickst doch bestimmt deine Studentinnen und ich finde es sehr angenehm, dass dieses Klischee, weil es wirklich schon echt oft gesehen haben, dieser Uni-Professor, der irgendwie ein bisschen Literatur und sowas gibt, also auch so ein Schwafelfach, glaube ich, hat der ja auch. Also der ist ja nicht irgendwie jetzt irgendwie Economy oder Wirtschaftsdozent, sondern der macht halt so ein Laberfach, aber der ist halt nicht der typische Dude, der dann irgendwie drei Frauen nebenbei hat, sondern seine Last, das hat es so richtig gesagt, der raucht halt heimlich, Frau weiß es und sagt, hey, komm ey, jetzt ist Urlaub, jetzt kannst du ja auch mal eine dampfen, musst ja nicht die ganze Zeit rauchen und nicht im Haus und dann geht das schon. Also das fand ich wirklich so, es deutet immer so ein bisschen an, dass es so diese Klischee-Tropenfiguren sind und das sind es dann nicht und das fand ich echt cool. Stichwort Mahershala Ali, ich dachte, und das fand ich, das ist jetzt wirklich ein milder Spoiler, weil ich jetzt schon mal eine Option ausschließe, die ist sehr wenig, weil ich weiß selber, wie sensibel man sein muss, weil es eine Option auslässt, wie dieser ganze Handlungsbogen aufgelöst wird. Ich hatte zuerst das Gefühl, dass das so eine Art Zeuge Jehovas wäre, der an der Tür steht und sagt so, hier ist das Ende und wir sorgen jetzt dafür, so wie bei, jetzt kommt Spoiler für Knock at the Cabin, wer ihn also noch nicht gesehen hat, hält sich mal kurz die Ohren zu. Ich dachte, er sei halt so diese Dave-Bautista-Figur, die dann irgendwie dafür sorgt, dass wir jetzt so, also das Ende ist nah und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir irgendwie auf so eine Art Arche kommen oder wir suchen die 5000 Ausgewählten aus und so weiter. Und das wird ja Gott sei Dank nicht gemacht und dennoch fand ich so von dem, die erste Stunde hatte ich immer das Gefühl, dass bei GH noch irgendwas kommt, dass da noch irgendwas schlummert, was nicht ganz klar ist, weil ja auch so kleine Brotkrümel des Zweifelns gelegt werden, also woher wusstet ihr denn das mit dem Stromausfall und das kann doch gar nicht sein und solche Sachen, weißt du, also das fand ich ganz, ganz geschickt gemacht. Ja klar, allein schon auch, wenn die da plötzlich vor der Tür stehen und behaupten, das wäre deren Haus und dann gibt es ja eigentlich, es dauert eine Zeit, bis wirklich klar ist, dass das nicht gelogen war, also das ist, das ist, das schwelt schon so mit, dass das jetzt wirklich Richtung Home Invasion gehen wird, aber spätestens, wenn er dann doch die Schlüssel hat, um den Schrank aufzumachen und wenn er weiß, wo das Geld liegt und so, dann merkst du schon, okay, das ist sein Haus und er ist ja nicht nur der, keine Ahnung, das habe ich in einem anderen Film auch schon erlebt, Herrliche Zeiten hieß der in deutschen Produktionen, dass die Leute da zum Beispiel Personal wären und dann sich danach wirklich nochmal reinschmuggeln, nur halt den Anzug jetzt anhaben oder das wäre ja auch denkbar gewesen, aber ist, auch ist schon wieder krass vorweg gespoilt, aber ist es halt das, was es nicht ist, so wie kann mal gesagt sein und das war schon top, gerade auch, weil du merkst, er ist total abgeklärter GH, er ist ja schon einer, der zumindest eine Art Maske trägt, dessen Job ist es ja als, was ist das, also es ist irgendeine Art von Fontmanager, würde ich sagen, der weltweite Wirtschaftsrisiken abwägt und Trends, Wirtschaftstrends vor allem, ja, beobachtet und daraus Rückschlüsse zieht, wie er halt dann seine Kunden berät und dann, wo sie anlegen, wo sie nicht anlegen, er sieht da Dinge und das lässt er sich aber so im Alltag so nicht anmerken, zumindest zunächst nicht, da muss schon noch ein Schluck, ja, fließen, er kann das sehr zurückhalten und den Profi geben, aber spätestens dann, wenn es darum geht, dass er mit seiner Tochter Ruth interagiert, sie selbst ist ja, hat irgendwie ihre Schule abgeschlossen, ist soweit fertig, aber sucht sich noch und muss jetzt auch nicht aus finanziellen Gründen unbedingt schon irgendeinen Job haben, das heißt also, sie kann gern noch daheim wohnen und ihr Vater scheint da gar kein Problem mit zu haben die Mutter spielt hier auch in einer Nebenrolle, wir sehen sie nicht, so viel sei an der Stelle mal gesagt und ähm, da finde ich halt schon, dass die Familie Scott wenn die beiden interagieren, Vater und Tochter, dass das auch interessant ist, weil das auch nochmal eine andere Form von Interaktion ist, als es eben die Familie Sandford hat, ähm, die Kids da sind eher noch im Pubertieren, währenddessen die Ruth ja schon ein ganzes Stück älter ist und vor allem auch so ein bisschen frecher, die stellt ja auch gerade zum Beispiel, wenn die im Zusammenspiel mit der Amanda Sandford, also mit Julia Roberts agiert das ist schon interessant, weil sie natürlich einiges von dem, was Amanda so für richtig hält und wie man seine Kinder zu erziehen hat, auch hinterfragt, da entstehen ganz tolle Dialoge und das möchte ich auf der Stelle schon mal sagen, das habe ich mir hier notiert das Drehbuch, also generell doch das Drehbuch das ist einfach das Tolle, Dialoge haben mir so oft so gut gefallen, die sind sehr lanciert zeitweise, äh, ich habe hier nur die deutsche Fassung gesehen, das noch zur Erklärung ich vermute, das wird im Englischen nicht viel anders sein aber, äh, das ist wirklich ganz toll, äh, Dinge die, wenn man nochmal kurz drüber nachdenkt, gerade weil sie vielleicht auch in schneller Reihenfolge zueinander gesagt werden, großartig sind, ähm, Ganze dann eben auch bildlich eingefangen, darauf dazu dann später mehr, aber wirklich die Dialoge die alle Figuren hier mal irgendwann irgendwie miteinander führen, also wirklich alle wichtigen Figuren haben auch mal Szenen zu zweit dann hat mir das im Regelfall außergewöhnlich gut gefallen. Ja, also ich bin da auch voll bei dir, also das also es ist ja eine Romanvorlage, wie ich schon sagte und das Sam Esmael, der hat die selber adaptiert und was der für Dialoge dort schreibt, die sind jetzt nicht immer, es ist jetzt nicht Aaron Sorkin, keine Sorge oder, äh, leider, je nachdem wo ihr auf welcher Seite seid, seid ihr Team Sorkin oder Team nicht Sorkin, aber die sind schon, ich finde, teilweise messerscharf und gleichzeitig sehr funktional, da ist halt nicht zu viel Ballast, es ist manchmal so ein bisschen viel Show, don't tell, ähm, also das Problem dass dann Sachen erzählt werden, aber nicht gezeigt werden, gleichzeitig ist es bei der Länge, der Film geht insgesamt 135 Minuten, ist das auch schon ganz effizient, denn das ist so vielleicht eine der größeren Kritikbaustellen bei mir, ich fand ihn am Ende, und das ist leider echt in dem Jahr, wo irgendwie Killers of the Flower Moon mit dreieinhalb Stunden und Napoleon mit zweieinhalb Stunden und wir warten auf den vier Stunden Cut und sagen, ja, das ist dann der vollständige Film bitte zeig uns den, wir hatten echt viele lange Blockbuster und ich, da macht jetzt, ähm, Lethal Worldby halt keine Ausnahme und hat so, finde ich, ein bisschen das übliche Netflix Blockbuster Problem, er ist halt ein Ticken zu lang und hat so zwei, drei Sachen, die er, finde ich, nicht so ganz ausspielt, da kann ich jetzt aber aus Spoilergründen wirklich nicht drauf eingehen, aber ich weiß nicht, wie war es bei dir mit der Länge, wie hast du es mit der Länge, Andi, also ich meine jetzt auf den Film bezogen? Es kommt auf die Technik an und die war gut, also ich sag mal so das Ganze, ich fand es nicht zu lang, es war tatsächlich so, dass ich mich manchmal fragte, okay, was sind eigentlich jetzt die Antworten auf die ganzen Fragen, die ich mir so stelle und das wird übrigens mein größter Kritikpunkt sein, auf den wir im Spoiler-Teil eingehen, die finale Antwort hat mir gar nicht gefallen, aber die Länge war für mich kein Ding, weil ich immer so ein bisschen am Rumrätseln war und wenn ich mal grad nicht am Rumrätseln war und wenn die Handlung jetzt nicht so richtig viel Progress hätte, dann wurde ich wenigstens mit wirklich schönen Bildern abgelenkt, das muss man schon sagen, also optisch ist das ganze Ding toll, da können wir jetzt unzählige Szenen rausgreifen, wo du merkst, okay, da ist einfach tolle Kameraarbeit geleistet worden, da ist der Blickwinkel, die Perspektive hier, ähm, bemerkenswert, da steckt ein Gedankengang dahinter, ich hatte hier was gelesen, ich weiß grad gar nicht, wer der DP ist, kennst du bestimmt alles auswendig, oder Cinematic? Todd Campbell? Todd Campbell, genau, der ist so ein bisschen bekannt auch durch natürlich Zusammenarbeit mit Sam Ismail, aber der ist zum Beispiel auch der DP gewesen bei Stranger Things Episoden, der hat bei Boyhood in der zweiten Kamerasektion gearbeitet, also der ist schon jemand, der hat was, ein Auge fürs Visuelle und da bin ich voll bei dir, also der der Film sieht, Gott sei Dank mal für einen Netflix-Film, richtig, richtig gut aus, also er hat natürlich dieses Kammerspiel-Moment, das heißt, er spielt viel drin, aber trotzdem das, was er drin mit der Kamera macht, ist wirklich 1A, also hat mir richtig gut gefallen. Dann musst du mir mal auf die Sprünge helfen, ob das jetzt bei Todd Campbell gilt oder ob das bei Sam Ismail war, einer von beiden wäre wohl sehr bekannt dafür, dass die Figuren und deren Konstellationen im Bild, das wir sehen, dass das was Wichtiges und was Besonderes wäre. Wenn die Figur also zentral im Bild ist, dann ist die Figur, die wir sehen, auch die Figur, für die sie sich hält. Wenn aber unsere Figur ein bisschen versetzt ist am Rand, ein bisschen wegguckt, so ein bisschen halt einfach nicht im Zentrum des Bildes steht, dann steht sie selbst auch neben sich. Dann wäre sie sich selbst typisch für diese, eine von diesen beiden genannten Personen, im Unklaren darüber, was gerade los ist oder zumindest wäre die Szene, die Situation wäre dann irgendwie ja verrückt und zwar im wörtlichen Sinne. Ist dir das bekannt? Das habe ich gelesen und habe ich jetzt nur zitiert. Es ist mir nur manchmal aufgefallen, also wenn man halt so gezielt darauf achtet und ich weiß nicht, ob das ein Charaktermoment, äh Quatsch, eine tatsächlich gewollte Facette ist. Sagt dir das irgendwas? Ich glaube, das ist so eine Trope von Sam Ismail. Also ich meine das auch in der Recherche gelesen zu haben und ich glaube auch, der gute Max hat uns da nochmal mit der Nase drauf gestoßen in der Vorbereitung. Aber mir ist das jetzt im Film selber gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich sehr damit beschäftigt war, mir die Frage zu stellen, was was zum Ficken passiert denn hier jetzt gerade? Was ist denn jetzt gerade Phase? Weil ich wirklich, ich bin auch auf diese Home Invasion Nummer reingegangen. Es gibt ja auch so eine Szene, wo sie im Keller sind, also G.H. und seine Tochter und da so darüber diskutieren, wann sie es denn ihnen denn sagen und da dachte ich immer so einerseits, also was denn jetzt? Also ich finde, der Film baut so sehr geschickt so ein paar Sachen auf, die uns wieder auf eine falsche Fährte locken, ohne dass man danach so denkt, ach so, das ist es nur. Und wie gesagt, da machen wir im Spoiler-Teil noch ein bisschen mehr drüber, weil ich auch eine Lieblingsszene habe, die glaube ich ein Spoiler wäre, deswegen würde ich sie gerne am Ende nochmal durch nehmen und darüber sprechen. Aber ansonsten, du hattest recht, also Kameraarbeit, ich finde das Kammerspiel-Setting, ich mag sowas echt gerne mit diesem Rahmen, der so reichlich limitiert ist. Und was mir gut gefallen hat, und das hat mir dann erklärt auch, warum Obama diesen Film so mochte oder die Obamas, das ist ja diese Umkehrung, also die Weißen buchen sich im Haus der Schwarzen ein und dann sagt ja Ruth irgendwann, ey, wir sind hier diejenigen, die seit zwei oder drei Tagen im Keller schlafen und das gehört uns. Also da hatte ich so leichte, auch so ein bisschen diese Parasite-Momente, wo ich dachte, okay, es ist irgendwie schon, also diese Gesellschaftskritik, die da so drin schlummert, die ist halt nicht so on the nose, sondern die ist da so ein bisschen drin und das mochte ich ganz gerne. Wie ging es bei dir? Und sie ist auf jeden Fall auch nur ein Teilaspekt des Ganzen, das heißt also, wir kriegen das hier nicht als ein Kernthema um die Ohren geballert. Ich meine, das hätte ja auch volles Hochrichtung Black Lives Matter, ich meine, Leave the World Behind, da hätte man durchaus auch einfach ein Rassismus-Drama draus machen können, in irgendeiner Form, oder zumindest ein angedeutetes, das ist hier nicht der Fall. Es spielt mit rein, ja okay, weil es sich auch um ein aktuelles und meinetwegen offensichtliches Thema für diesen Film handelt, aber es spielt am Rand, es ist, ich würde es nicht überbewerten, es ist, ja, das würde ich gar nicht. Was man durchaus ausfindig zum Thema machen könnte mal, gerade wenn ich hier mal versuche, die Themen und ideologischen Betrachtungsweisen der Kollegin Lieder hier mal mit ins Boot zu holen. Ja, wir haben hier einen sehr festen Rahmen, wir haben hier diesen Urlaubsrahmen, dass unsere scheinbar zumindest gut gesittete weiße Familie einen Urlaub machen kann, wo sie sich eine Woche oder wie auch immer ein tolles Haus irgendwo nirgendwo buchen, in einem, ja Nachbarschaft, zumindest sehen wir keine Nachbarn, keine Ahnung, aber das ist alles recht teuer, die haben Geld, die wohnen auch nicht schlecht, wir sehen zu Beginn ja zum Beispiel das Schlafzimmer auch von denen und so und wir sehen hier halt, ich habe es reich und schön genannt, wir sehen halt die reichen Leuten dabei zu wie sie wahrnehmen, wie halt jetzt meinetwegen die Welt untergeht. So, das ist natürlich für diesen Rahmen und für diesen Fokus und letztlich auch für dieses Kammerspiel, es ist schon richtig und wichtig, schon okay. Ich frage mich, ob man, wenn man den Blick ein bisschen erweitert hätte und hätte vielleicht noch Ausschnitte gezeigt, wie es eine andere Bevölkerungsschicht gegangen wäre oder gegangen ist zu dem Zeitpunkt, ob das nicht besser gewesen wäre, wir haben eine kurze Szene, auf die wir vielleicht im Sponnet halt zu sprechen kommen, da sehen wir nochmal eine andere Person, die vermutlich aus einer anderen Schicht kommt, aber ob das hier nicht ein Film ist, wo wir halt wirklich reichen, weißen Leuten, na weiß, weiß wäre schon falsch, aber reichen Leuten dabei zuschauen, wie sie ihre reichen Probleme haben, könnte man zum Thema machen, würde ich nicht zwangsläufig, ich möchte es nur erwähnt haben, eben weil der Fokus des Films hier halt einfach ein anderer ist. Ja, also ich glaube, der Fokus soll auch tatsächlich auf diese sehr, sehr überschaubare Gruppe gehalten werden, weil das ist so, bei diesem Setting, was du da entwirfst, kannst du ja zwei Wege gehen, du machst das so Emmerich-Style-mäßig, das heißt, du zeigst echt so breite Panoramen aus irgendwelchen random Orten, die dann unten eingeblendet werden, am besten noch mit Breiten und Längengrad und mit der Uhrzeit, die da herrscht, dass du halt so denkst, ah, okay, da ist das einfach auch gerade schlimm und das macht der Film ja gar nicht, der versucht sich sehr auf den Handlungsort zu konzentrieren, der ist sehr, sehr eng an diesen Figuren und macht den Rahmen auch nicht zu weit. Ich finde auch, dass er immer, wenn er weiter rausgeht in die Welt, so ein bisschen in Probleme gerät, denn wir haben die Kinder von der Familie Clay noch nicht so richtig besprochen, also von Amanda und von Clay, die sind, ich weiß nicht, ob du es auch so gesehen hast, die machen jetzt nicht die schlauesten Sachen, aber die sind halt nicht so handlungsdumm, sondern die sind halt, sozusagen die machen so jugendliche Leichtsinssachen und erzählen sie dann nicht, weil dann am Ende auch was mit einer Figur von den beiden passiert, da dachte ich dann, okay, jetzt wird es aber richtig abgefahren, was passiert denn hier jetzt, müssen wir auch im Spoiler-Teil glaube ich drauf eingehen, aber mir ging es so generell so, ich fand den Rahmen ganz okay, da ist keine, also kein Kind hat Asthma, also kein Kind hat irgendwie was, dass man eine dumme Aktion machen muss und zurückgehen muss, sondern das ist schon, es bewegt sich alles so im Rahmen, finde ich. Das hatte ich in den letzten Jahren in den Kinos häufig mal so, diese diese Truppe, dass ein Kind irgendwie Asthma hat und deswegen, wir müssen zu einer Apotheke fahren oder wir müssen raus in die Welt, das fand ich ganz angenehm, bis auf diesen einen kleinen Bogen, der am Ende gemacht wird und da müssen wir dann, wie gesagt, im Spoiler-Teil rein. Ja, das stimmt schon, mal ganz abkürzen, die Kids haben nicht genervt, ich meine, die Tochter mag Friends, liebt es quasi, das ist schon okay, wie schlecht kann ein Mensch sein, der Friends mag? Ja, das war natürlich auch noch ein schöner Kommentar, gab es nicht da, hat nicht Netflix nochmal so eine Unsumme an Geld ausgegeben, um Friends zu streamen nochmal für irgendwie auch sogar nur eine begrenzte Zeit, irgendwie so bis HBO Max kam, ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine mich da nicht mehr zu erinnern. Ja, ja, Friends war lange in den Netflix-Charts, ist dann ja irgendwo anders hingewandert, wieder keine Ahnung, aber so Friends ist sowas, das hat man halt echt ganz gerne Programm, damit es einfach, ja man halt einfach so ein Standard-Level an Guckenden hat. Jetzt haben wir eine Menge um den heißen Brei herumgeredet und ich würde echt schon, weil ich so ein paar Aspekte habe, die ich ohne richtig hart zu spoilern nicht sagen kann und möchte, vielleicht machen wir es so, klemmen gleich den Spoiler-Teil hin dran und jetzt sagst du erstmal, Andi, ob das der Weihnachtsfilm 2023 für die ganze Familie ist oder ob du sagst so, Sam Esmer, ihr Ultras werden auf ihre Kosten kamen, der Rest eher nicht so, aber ich habe schon rausgehört, du bist relativ positiv gestimmt. Das bin ich absolut, ja, als Familienfilm ist ja natürlich nicht geeignet, also je nachdem, wie man so mag und so und gerade weil man über das Ende auch durchaus reden kann und weil der Film auch durchaus allein schon aus thematischen Gründen in der Lage ist, Leuten Angst zu machen in einer Zeit, in der man eigentlich auch vielleicht schon genug Angst bekommen hat, da auch auf jeden Fall heute am Tag der Aufzeichnung, da kam die Frage bei uns am Adventskalender raus, welches Filmgenre wir dem Jahr 2023 geben würden und die Antworten waren alle eher tendenziell jetzt nicht so, also es war keine Komödie dabei, sag ich mal und so ein bisschen, also dieser Film ist geeignet, Menschen Angst zu machen, deswegen zur Weihnachtszeit und für die Familie erst recht nicht geeignet, was aber nichts daran ändert, dass er toll aussieht, dass er über Weitstrecken sehr unterhaltsam ist, toll gespielt, tolle Dialoge, ich bin hin und weg. Ja, ich bin wirklich überrascht, ich habe das auch auf unserem Discord geschrieben, wie überrascht ich bin, dass mir der so gut gefallen hat, denn ich hatte, wie ich schon mal erwähnte, erwartet, dass wir hier so ein Cabin in the Woods in schön sehen, aber ohne große Twists, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas ist hier noch und dann geht's nach hinten los und das war nicht der Fall. Herausragende Besetzung, wie ich finde, also tolle Chemie untereinander, tolle Kameraarbeit, sieht wirklich richtig gut aus. Hätte ich sogar gerne auf der großen Leinwand gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich mag zwar solche Kammerspiele auch gerne zu Hause gucken, aber ich glaube, da wäre auch was für die Leinwand gewesen. Bin ohnehin überrascht, dass der so bei MDB aktuell bei lediglich 7,0 steht, aber auch eine ganze, also wirklich wenig Buzz irgendwie zu kreieren scheint, weil der so ganz wenig Votings erst hat. Also den Film, wir können ja ein bisschen erzählen, den gibt's schon tatsächlich seit, ich glaube seit Oktober hat der so ein, zwei Festivals mitgenommen und bei Netflix durften wir ihn vorab schon so vor einiger Zeit wurde uns der freigegeben und umso überraschter bin ich, also der hat keinerlei Limitierung, was so Embargos angeht. Das ist ja schon bei Filmen, wenn du schon weißt, irgendwie der Film startet Freitag um 9 und das Embargo geht bis 13 Uhr am Freitag, dann weißt du, dass der Kacke ist, zumindest in 9 von 10 Fällen und hier ist es halt anders und mich wundert das, dass der nicht so richtig Fahrt aufnimmt. Ich fand den auch im Vergleich zu den anderen beiden Netflix Apokalypse-Streifen fand ich den viel, viel besser. Ja, guter Punkt. Ja, gerade auch, weil mich gefühlt bei Don't Look Up deutlich mehr PR gemacht worden ist. Ja, also der, der, da war allein die Besetzung natürlich auch schon das Verkaufsargument, aber der, der hatte mich tonal weite Stricken auch an Bord, hatte aber, wie glaube ich, du hatte das damals auch in unserer Besprechung, der weiß halt so, dass er schlau ist und haltest dir auch so vor die Nase und dieser Film ist auch relativ clever inszeniert, hat aber dennoch und jetzt kommen wir zu zwei, drei sauren Zitronen. Ich finde ihn halt echt einen Ticken zu lang, also ich hätte ihn eine Viertelstunde kürzer, 20 Minuten, hätten ihm gut getan und er macht so ein, zwei Sachen, da hatte ich so leichte Lost-Vibes, wo ich dann dachte, okay, aber zu Ende gedacht ist das jetzt eigentlich nicht, aber da kommen wir gleich im Spoiler-Teil dazu. Dann mag ich gern zwei negative Dinge auch noch anmerken, die wirklich schon sehr nitpicking sind. Das ist zum einen, ohne es jetzt zu verraten dazu gleich später mehr. Die finale Auflösung hat mir nicht gefallen und dann auch das CG ist jetzt kein Weltuntergang, nicht schlecht oder so, aber es gibt zwei konkrete Szenen. Das eine hat mit einem Flugzeugabsturz zu tun und das andere mit einer Menge Fauna. Das sind zwei Szenen, die, ich finde, das ist halt auf der Weileleinwand wahrscheinlich noch schwieriger ausgesehen. Das war jetzt nicht perfekt, aber gut, ich meine, das wäre sonst, muss man auch nicht übertreiben mit dem, mit der Kritik von einem, wie das meines Erachtens, ganz guten Film. Ja, deswegen, also könnt ihr ja, wie ich schon sagte, ab Freitag, den 8. Dezember, also pünktlich zum zweiten Advent mal schauen. Für die ganze Familie sagtest du schon, ist ja nichts, aber der ist was für jemand, der mit diesen Weltuntergangssettings und mit so diesen Kuriositäten, sowas passiert ja eigentlich gerade, was anfangen kann. Deswegen von mir eine überraschend klare Empfehlung. Hätte ich selber damals nicht gedacht, als ich von dem Film hörte und weil ich wirklich dachte, das wird so der Zwillingsbruder von Nuck at the Cabin. Jetzt kommen wir zum, jetzt gehen wir als Eingemachte, liebe Leute. Also wer jetzt wirklich noch zuhört, dem ist entweder Spoiler in Schied egal oder hat den Film gesehen. Deswegen jetzt nochmal die Warnung, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich würde gerne anfangen mit meiner Lieblingssequenz, ich sag mal das Stichwort Tesla. Oh ja. Ich fand das, du, du, also, das können wir jetzt sagen, wenn du Spoiler teilst. Es gibt eine Szene da, ich weiß gar nicht, wollen die da abhauen? Ich glaube, ja, ne? Ja, das ist die Szene, wo sie eigentlich das Haus verlassen wollen, weil sie denken, sie wären, ich glaube, bei ihrer Schwester, glaube ich, besser aufgehoben. Genau, also da gibt's, das muss man dazu sagen, es gibt immer mal wieder Konflikte innerhalb dieser Vierer- oder Sechser-Konstellationen und irgendwann ist es dann so, dass Amanda sagt so, nee, wir müssen jetzt woanders hin, wir fahren jetzt weg und dann kommt es zu einer Sequenz, wo die Autobahn gesperrt ist und da lauter Tesla stehen und man denkt zuerst, okay, ein bisschen, also ich dachte wirklich, das ist jetzt aber ein bisschen viel Product Placement von Elon Musk, also da muss er aber ordentlich reingebuttert haben, aber die Auflösung ist tatsächlich, dass diese ganzen Autopiloten völlig verrückt spielen und da reihenweise in diese Linie rein crashen und wie das gemacht wurde, da war natürlich auch ein bisschen CGI dabei, aber das fand ich so, das war so wirklich ein Moment, wo ich dachte, das ist mal wirklich vom Setting her richtig, richtig, richtig gruselig und geil gemacht, also die hat mir richtig gut gefallen. Auf jeden Fall, ja, da auf jeden Fall auch erstmal Entwarnung für Deutschland, da sind diese Autopiloten nämlich noch untersagt, also da gibt's diese Funktion, glaube ich, auch gar nicht. Ein bisschen interessant finde ich dann tatsächlich, dass es ja ein Tesla wirklich nicht das einzige schlaue Auto auf dieser Welt ist, da gibt's ja noch eine Menge anderer Hersteller, dass die dann da nicht fahren, okay, 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 ist jetzt mal geschluckt, Tesla ist einfach der größte Name und man erkennt die Autos wahrscheinlich am ehesten wieder, das seh ich schon, aber ja, das war eine ganz tolle Szene, warum das jetzt alles weiße Tesla sein müssen, so ist egal, die kommen direkt aus dem Werk, wo auch immer die herkommen, die sind auch alle geladen, warum auch immer, alles egal, das find ich toll, da stimme ich dir voll und ganz zu und sorgt natürlich auch nochmal für eine gewisse Action bei der Auflösung der Szene. Und womit ich, das hab ich jetzt wirklich im Fazit noch nicht gesagt, aber womit ich fast eines der größeren Probleme hatte, war manchmal dieses Suspension of Disbelief, also es gibt eine Szene, du hattest schon Flugzeugabschluss gesagt, da rennt GH so am Strand herum, ich weiß auch gar nicht mehr warum und dann merkt der erste nach und nach, oh, hier liegen ja lauter Flugzeuge, also lauter Flugzeugwracks und da dachte ich, also, wenn ich jetzt an den Strand gehe, mache ich eigentlich immer erstmal so einen Rundumblick, wo ist das Wasser, wie weit ist das entfernt und dann würde mir schon auffallen, oh Mann, da liegen ja lauter Flugzeuge und da ist eine Leiche und solche Sachen. So wie die Szene aufgelöst wird, fand ich dann wieder ganz geschickt gemacht, weil man auch da so, selbst in so einem Setting so eine gewisse Kammerspielartigkeit hatte, aber der Film verlangt einem auch bei dem Stichwort Tiere, beim Stichwort Blutspucken, verlangt er einem schon mal viel Sachen ab, bei denen man sagt, okay, das muss ich jetzt, also wird das noch aufgelöst oder ist das jetzt realistisch, dass das passiert, weil gerade als der Sohnemann anfängt, Blut zu spucken, weil er sich irgendwo geschnitten hat oder gestoßen hat oder von irgendwas gestochen wurde. Ja, so eine Schnecke oder ein Käfer hat ihn gebissen und das sorgt wahrscheinlich für eine Infektion. Und da dachte ich, jetzt wird es aber, also da war wieder das Moment, um, dass ich dachte, jetzt geht es ins Übernatürliche, jetzt bin ich raus. Und das ist dann ja auch ein bisschen der Aufhänger, daran merkt man auch so, finde ich so ein bisschen die Romanstruktur. Manchmal fragt man sich ja so, ist das jetzt eine Buchverfilmung? Ja, nein. Und genau in solchen Momenten merkt man es, weil natürlich eine neue Wendung reinkommt. Sie müssen dann noch mal aus dem Haus um irgendwie, weiß ich nicht, die wollen irgendwie Medizin besorgen und dann fällt ihnen auf, haha, dass GH so einen Typik kennt, der so ein bisschen Verschwörungstheorien und sich so für alles vorbereitet und der wird dann auch noch gespielt von Kevin Bacon und den hat tatsächlich die Familie vorher mal beim Einkaufen gesehen. Der sieht halt so wirklich so klassischer Midwest, ich will jetzt nicht White Pride sagen, aber der sieht halt schon so aus wie so ein furzkonservativer Repo-Wähler, Republikaner-Wähler, der jetzt irgendwie auch so Verschwörungstheorien, QAnon-Anhänger vielleicht ist und der ist dann tatsächlich so ein bisschen ja die Rettung für diesen Sohnemann, zumindest hat man das Gefühl und das war eine der vielen Sachen so in der Auflösung, die mir nicht so ganz so rund gefallen haben und nicht so ganz gut gefallen haben. Aber du sagtest ja selber schon, dir war die Auflösung an sich nicht, war nicht so deins. Kannst du ein bisschen konkreter sagen, was du damit meinst? Weil ich ein bisschen dunkeltapple, was du meinst. Nun ja, also die Auflösung ist ja, wir sind, zumindest ist das die Interpretation, die auch nie hundertprozentig bestätigt wird, aber es schon sehr glaubhaft, wir sind ja scheinbar in einem Krieg. Irgendeine weitere Machtpartei, wer auch immer, hat mit zu Beginnend quasi Hackerangriffen, die USA scheinbar auch nur lahmgelegt und scheinbar sind auch alle anderen tot. Ich weiß nicht genau, wie das passieren kann, wo sind die ganzen anderen Menschen, aber das möchte ich jetzt gar nicht weiter. Und dann gibt es halt eine punktuell verschiedene quasi, das sind alles Angriffe, die halt auch mit Propaganda und vor allem auch mit technischen Aspekten halt umgesetzt werden und dann ist das halt, der Krieg ist quasi die große Auflösung. Am Ende wieder explodieren noch Bomben, sieht aus wie ein Atompilz, keine Ahnung. Fand ich ein bisschen schwach, weil eigentlich, und ich bin tatsächlich überhaupt gar kein Fan von christlichen Inhalten, christlichen, göttlichen Erklärungen für Probleme, von Mysterien, aber das hätte hier ja auch einfach irgendeine Form von christlicher Apokalypse sein können. Wie heißt diese apokalyptischen Reiter, wie heißt das denn? Genau, Knock at the Cabin. Ja genau, wie heißt denn das, wenn die Heuschrecken kommen und plagen? Ja, diese biblischen Plagen und du meinst diese Four Horsemen, also die apokalyptischen Reiter, genau. Ja, irgendwie so diese Richtung und dass die alle in so einer Art Vorhölle stecken, weil die wie gesagt alle ihr Päckchen zu tragen haben. Stell dir vor, unser GH wäre am Tod seiner Frau schuld gewesen, weil er sie auf den, was auch immer, Flug geschickt hat oder es war der Flug zum Scheidungsanwalt oder sowas oder die Tochter hätte sich nochmal mit dieser Mama gestritten oder was auch immer. Ich meine, wir erfahren, dass hier unser, der von Ethan Hawke gespielte Typ, dass der auch eine, der ist scheinbar bereit, auch Menschen sterben zu lassen, wenn er dann keine Probleme hat, dann hat er schon Probleme, vielleicht hat er jemanden getötet oder, oder, oder. Hat er also alles, aber alles nicht. Aber hätten die Figuren das gemacht, wäre das hier auch einfach eine nette Version von Vorhölle, hätte das sein können. Und am Ende steht dann halt die totale Auslöschung eben aller Seelen und so. Das hätte ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen spannender gefunden, weil dann eben diese ganzen, der Begriff ist immer noch nicht ganz klar, Plagen, was auch immer, aus der Bibel, dass das halt eine modernere Interpretation davon hätte sein können, mit aktuelleren Beispielen, die man einfach eher nachvollziehen kann als eine Heuschreckenplage. Das hätte ich, glaube ich, spannender gefunden, als dann diese, ja, ist halt quasi Krieg und halt in modernen, so kann man billig Krieg machen. Ja, das fand ich, finde ich blöd, weil das immer ist halt letztlich auch wieder so, ja, die Amis werden halt bedroht und jetzt haben wir einen Film gesehen, in dem wir bedroht und ausgelöscht werden, deswegen sind wir jetzt ein bisschen aufgepeitscht und dann gehen wir jetzt halt nochmal keine Ahnung wohin in den Iran und machen da jetzt auch nochmal Krieg damit und das nicht passiert, was wir bei Lethal World Behind gesehen haben. Sowas finde ich immer schwierig. Das ist spannend. Ich hätte genau, also das waren genau meine, also ohne jetzt immer über Nakata Cabin als Referenzfilm zu sprechen, aber es drängt sich tatsächlich auf, weil ich, also nochmal Spoiler für diesen Film von Shia Malan, der ist aber, ich finde der ist fast spoilerresistent, weil der ist ab Trailer total offensichtlich, was der machen will. Da kommt halt Dave Bautista mit drei anderen rein und ich, die kommen halt rein und ich habe in der PV damals gerufen, ach, das sind die apokalyptischen Reiter und das macht der so, das revealed der so nach 80, 90 Minuten und dann denke ich so, ja, weiß ich, also es war doch klar oder nicht. Und das macht ja Leave the World Behind anders. Ich hatte das auch so gelesen und verstanden, dass das quasi so eine, der Feind ist im Inneren, Mission und so ein Manöver sei. Also das erstmal so das Land destabilisiert werden soll, aber ich hatte schon das Gefühl, dass das auch von innen passiert ist. Also diese Paranoia, diese Angst, die da der Feind sät, dass die quasi dafür sorgt, dass auch man sich selbst so von innen zerstört. Und das fand ich, das macht es dann wieder schlüssiger für mich, dass die Obamas da so heiß darauf waren, das zu verfilmen. Weil das ja so eine Urtrupe ist, also dieser, jetzt nicht dieser Deep State Moment, sondern aber schon dieses Momentum, dass man das Gefühl hat, wir sollten uns eigentlich mal diese ganze Paranoia sparen. Und ich meine, G8 beispielsweise ist zwar ein gut betuchter Schwarzer, hat aber im Ferienhaus auch eine Knarre. Unter Verschluss zwar, aber er hat halt auch eine Pistole. Und man fragt sich in dem Moment, warum hat der das eigentlich? Also wenn ich jetzt in Deutschland in einem Ferienhaus wohnen würde oder eins hätte, ein eigenes, ich hätte da keine Knarre. Und das fand ich dann schon wieder, ich finde, der Film ist ein sehr, sehr auf US-Publikum zugeschnitten. Auch da wieder eine Ausnahme in diesem Netflix-Kanon und Kosmos. Da sind ja sonst immer so internationale Produkte dabei. Das finde ich hier halt gar nicht. Das ist ein sehr, sehr, sehr auf Amerika zentrierter, fokussierter und ausgelegter Film. Das hat mir gut gefallen. Und mir hat auch die Auflösung, ich mag zwar diesen doch da mit rein arbeitenden und schwellenden Pessimismus da nicht so drin, weil das ist jetzt schon so dieses Endzeitstimmung und es geht halt nicht. Also ich finde nicht, dass der Film auf einer positiven Note endet, sondern im Gegenteil. Das ist schon eine sehr, sehr triste Aussicht, die man da hat. Es ist jetzt nicht ganz The Road, irgendwie Cormac McCarthy, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Und ich fand das besser, als sich jetzt da irgendwie so eine übernatürliche oder religiös-spirituelle Auflösung da reinzunehmen und da vielleicht noch so einen Twist reinzupacken, so ah ja, guck mal, und das waren die Vorboten. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte das auch bei Clay, als er da diese Frau im Stich lässt, hatte ich das wirklich als rein Panik-Move im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn noch der Grundfrau? Der ist einfach dauerüberfordert. Ja, das ist natürlich. Der ist einfach dauerüberfordert. Das ist einfach zu viel, zu laut. Der kann mit Lautstärke und Stress nicht, das ist halt eines seiner Probleme. Es gibt ja so Menschen, die sind sehr sensibel für so Dinge und der ist generell allgemein gestresst. Hinzu kommt ja auch seine Überforderung der Navigation. Er weiß einfach nicht, wo er ist, hat Angst, nicht zurückzukommen, nicht zu seiner Familie zu kommen. Dann diese Frau, die ununterbrochen in der Sprache spricht, die er nicht versteht, auch laut ist, fast schon weint bis heult. Das überfordert ihn einfach zusehends. Ab dem Moment, wo er sie erstmalig sieht und dann flüchtet er aus der Situation. Und das ist natürlich für ihn, der jetzt da erstmal ja kein Problem hat, mit diesen fremden Menschen, in deren Ferienhaus ein paar Tage zu verbringen. Aber es ist schon spannend, dass er da nicht das hinkriegt, dass er diese ja wirklich, also selbst wenn man die Sprache ja nicht versteht, merkt man ja, dass diese Frau in Panik aufgelöst ist. Er könnte sie einfach einpacken. Er könnte einfach sagen, Ich habe auch gedacht, zur Rücksitz wäre echt das Wenigste gewesen. Wirkt nicht, als würde die ihm jetzt ein Messer in den Hals rammen. Aber ansonsten hast du noch irgendwas, wo du sagst, wir müssen im Spoiler-Teil nochmal eingehen. Ich bin bei dieser, also ich weiß gar nicht, ob das dann irgendwie Tuberkulose sein soll, aber das mit dem Käfer bei dem Jungen, das war so, das war mir ein bisschen zu viel, weil ich dachte, was passiert denn jetzt? Also wieso kotzt der jetzt Blut? Also dieser Moment, als ihm da die Zähne ausbrechen, ich muss jetzt mal ein bisschen, wir wollen jetzt nicht zu sehr auf die Couch, aber ich habe ja häufiger mal den Traum, dass ich mir selber die Zähne rausbeiße. Und daran habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht real sein, dass der da reihenweise seine Zähne verliert und rausnimmt. Naja, das ist schwierig. Ich kann auch längere private Geschichten erzählen, dazu an anderer Stelle mal mehr. Ich kann in dem Film jetzt so viel nicht mehr sagen, außer wie gesagt, ich kann jetzt unzählige Szenen nennen, wo ich halt wirklich die Dialoge toll fand. Da gibt es natürlich auch Szenen zwischen Amanda und G.H., also eine Szene konkret, wo die aber ganz vernünftig damit umgehen, dass sie sich in dem Moment halt gut verstehen und dann besoffen sind. Das finde ich toll, dass einfach erwachsen, so funktioniert das halt auch letztlich irgendwie. Und ob da jetzt die Antwort, also ob dieser Typ, der da halt der Verschwörungstheoretiker quasi ist, ob das jetzt so, sag ich mal, ob da jetzt irgendwas rein zu interpretieren ist oder nicht, kann ich nicht beantworten. Und ich fand dann Richtung Finale, die ist immer noch, also die Szenen mit diesen Elchen und so, ich weiß nicht genau, was kann ein Hacker jetzt bitte daran aus, also gemacht haben, dass da jetzt ganz unfassbar viele von diesen Viechern durch den Wald rennen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Und insgesamt fand ich das Ende aber relativ nett, also es gibt ja so, die haben ja den alten Momente, also keine Ahnung, ich werde das jetzt nicht vorwegnehmen, aber da waren schöne Sachen dabei, ich möchte den Film empfehlen und ich denke, von meiner Seite aus habe ich da gerade alles zugesagt. Ja, diese Elchnummer oder dieses Reindeer Games mäßige, da muss ich echt sagen, das war mir dann der Brotkrümel zu viele. Also das hatte für mich so diesen beliebigen Eindruck, so wir wollen hier nochmal was streuen, so in Sachen, ich hatte wirklich so irgendwie Arche Noah Apokalypse Vibes und das war es dann irgendwie nicht und ich habe mir auch die Frage gestellt, also man darf, und das ist vielleicht so die letzte Empfehlung zu dem Film, danach, also ich würde den mir nochmal angucken, wenn er jetzt startet, aber ich würde danach vielleicht auf ein paar Sachen achten, aber diese Sachen, da wird man dann glaube ich nicht picky. Da bricht dann, oder könnte der Film auseinander brechen, das muss man, muss eine Zweitsichtung, weiß nicht, ob er die übersteht. Müsst ihr uns mal in die Kommentare hauen, ob ihr da anderer Meinung seid. Apropok in die Kommentare hauen und ob ihr doch dabei seid. Ich hoffe, oder wir hoffen beide, der Anni und ich, dass ihr einerseits viel Spaß an dieser Besprechung hattet, da gerne Feedback auf unserer Homepage, auf Social Media, wenn wir das dann rausgehauen haben und vor allen Dingen hoffen wir, dass ihr total an Bord seid, denn wir haben jetzt den insgesamt ja mehr, vermehrten 6. oder 7., nee, wir haben ja den 6. Dezember, wir haben den Tag des Nikolauses und ihr habt ja von uns eine Bescherung jeden Tag bei euch im Podcatcher eurer Wahl, denn wir haben einen wunderbaren, wunderschönen Adventskalender für euch gestaltet und da könnt ihr jeden Tag in so kleinen Snippets hören, was so die Redaktion über verschiedene filmbezogene Themen über das Jahr 2023 denkt und ich finde, dass, also die 6 bis 8 Minuten pro Tag, die hat jeder übrig, um da mal reinzuhören. Oder was meinst du, Andi? Na, es geht ja gar nicht nur um übrig, es geht darum, dass es ja auch ein Gewinn ist letztlich, weil machen wir uns Explore, wir könnten uns jetzt ja drüber unterhalten, was war unser Lieblings-Action-Film, was war unsere Lieblings-Komödie, unser Lieblings-Drama, aber ich finde, wir haben tatsächlich ein paar ganz coole Fragen rausgefischt und die in unserem Adventskalender beantwortet. Hört da unbedingt mal rein, es ist einfach total unterhaltsam und vor allem aber auch sind wir daran interessiert, liebes Publikum von euch zu erfahren, wie die Antwort von euch auf diese Fragen eben aussieht. Da sind ein paar ganz absurde Sachen dabei, ja, wir hatten jetzt zuletzt auch die Frage, stellt euch vor, ihr müsstet zwei Filme in den Ring schicken, damit die gegeneinander boxen können, welche Filme wären das und an diese Frage sind wir auf jeden Fall total unterschiedlich herangegangen und vielleicht, liebes Publikum, habt ihr da auch irgendwelche Ideen, welche Filme, ich rede nicht von Oppenheimer und Barbie, das ist durch das Thema, ihr in den Ring geschickt hättet. Ich glaube, da können noch ein paar spannende Gespräche bei entstehen. Folgt uns auf Social Media, kommentiert dort gern und vor allem vergesst nicht, diesen Adventskalender im eigenständigen Feed oder auf Spotify zu abonnieren. So ist es. Und wenn ihr dann am Tag des Nikolauses uns noch was ins Stiefelchen packt, wie der Kanzler oder der Ex-Kanzler sagen würde, dann pack doch mal ein bisschen was bei Paper uns auf die Payroll, dann können wir weitere schöne Projekte machen. Nochmal auf Deutsch, wir freuen uns da wirklich, wenn ihr uns ins Stiefelchen so ein bisschen was reinlegt für unsere Mehrkosten, die uns so entstehen im Laufe des Kinojahres. Ja, ja, ja. Ich hab, also mein Jahr ist jetzt schon gelaufen beziehungsweise ich hab jetzt schon den Höhepunkt gehabt. Ich hab, glaub ich, dieses Jahr drei oder vier Mal mit meinem Chef gecastet. Ich mein, es war das dritte oder vierte Mal. Ich glaube Loki, ich glaube Andor und ich glaube jetzt, das kann nicht mehr besser werden. Ich mach Schluss für dieses Jahr. Ja, Schluss machen tun wir jetzt auch. Genau. Es war mir ebenfalls eine Freude, lieber Timo. Sehr gerne. Ich hoffe, dass wir bald wieder mal was zusammen machen. So ist das. Wir haben auch, also weil wir beide letztes Wort Fetischisten sind, haben wir beide das letzte Wort heute, finde ich, oder? Sollen wir das auf drei sagen? Ade mit Schnee? Nee, tschüss einfach. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Ebenso froh locken wir für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ebenso froh locken wir für die Aufmerksamkeit. Ebenso froh locken wir für die Aufmerksamkeit.